Ich glaube einer ist gerade genervt rausgegangen. Ja alleine kannst du das hier gar nicht bewältigen. Wieso ist das denn hier? Vor allem wenn dann auch noch die komische die Physik hier so merkwürdig ist, dass du die Sachen auf dem Band teilweise nur angucken musst und dann rollen die schon runter. Partybus. Erledigt. Das war sogar eine Aufgabe, okay. So, jetzt kommt der wieder. Tür, Spiegel und noch Reifen, glaube ich. Oh, die Kratzer, die sind auch mit das alles an der Werkstatt hier ist nervig. Nein. Spiegel und Reifen. So. Und so. Der da. Wieder zwei Kümmern und Kraftstoff. Das ist ja der Onkel, ne? Ruf die ganze Zeit an. Schreib mir E-Mails und ruft an, als ob ich Zeit für so einen Scheiß hätte, ne? Musst du mal reinziehen. Das war schon mal gar nicht mehr trinkgeldwürdig. Oh, jetzt heb's doch auf. Dirt stains, not here. Errungen schafft. Okay, auf dem Klo ist auch trinkig. Boah, wir haben 900 Ocken. Oh, ich hab das Klo schon mal erweitert. Cool. Hier liegt noch Farbe rum. Ich lege gerade noch irgendwo einen Mülllock hier. Boah, die haben in den Laden ja richtig leer gekauft. Äh, place all, place all. Braucht wieder Eis. Braucht von allem was, anscheinend. Guten Tag. Das ist schon wieder einfach. Fällt einfach um. Die Scheiße. Fällt einfach um. Voll illegal. Da, der Bull hat er auch gerade. Sein Scheiß Papierdreck hingeworfen. Bist du irre? Komm deine Scheiße da weg, Mann. Sieht aus wie die beschissene Putzfrau, oder wat? Achso. Ja, komm. Komm ich nicht durch. Guten Tag. Sehen die noch irgendwo so ein D rumliegen? Da. So, was warst du? Spiegel, Kratzer, zwei Reifen. Spiegel, Kratzer, zwei Reifen. Puh. Puh. Kratzer. Und noch einmal den Reifen vorne rechts, ne? Dann können wir schon fast wieder neue Reifen kaufen. Aber nur, damit wir genug haben. Warte. Von der an Kasse, ich weiß. Na, ein da. Ach. Okay, jetzt wird es mich aber beruhmten, ne? Nein, das ist das Klo. Sorry. Ich bin schon da, ich bin schon da. Ich habe wieder mal einen Kraftstoff. Bitte. Sehr nice. So, dann. Bestellen wir erstmal neuen Kraftstoff. Zack. Und jetzt dann. Brauchen wir mal eine Autoteile, Reifen. Die sind immer teurer. 520. Also. Und Produkte. Brauchen wir eigentlich alles, ne? Das. 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 Und das. Und das. Reicht das noch? 292. Und 350. Aber jetzt war Alkohol, ne? Zigaretten auf jeden Fall. Das. Und das. Ist schon zu teuer. 380. 380. Ähm. Okay, die brauche ich auf jeden Fall. Die auch. Oh, davon habe ich noch zu viele. Ja. Ja. So viel Zeug. Boah. Boah. Echt jetzt? Redauspiegel. Und hast du nicht gesehen? Ich würde für die Werkstatt-Sachen würde ich fast Mechaniker einstellen. Ich weiß nur nicht, ob wir dann genug Geld verdienen. Moment. So. So. Muske ich kurz. So. Ist natürlich aufgestanden. War natürlich nicht anders zu erwarten. So ein Lagerhaustor. Kraftstofflieferung. Alles auf einmal. Ich weiß gar nicht, können die Bedienste noch automatische Sachen bestellen? Ich bin mir gar nicht so sicher. So. Da kommt der Nächste. Ja. Komm, Alter. Fahr ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller nur. Ganz kleines bisschen. Können nicht so schwer sein, ein bisschen schneller zu fahren. Schneller. Los. 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 Ich muss arbeiten. Es gibt Leute, die müssen für Geld arbeiten. Tag. Viel besser, so ein größeres Lager. So. Hopp. Von der kann schon losfahren, wenn ich den letzten Karton da rausgenommen habe. Aber mach der nicht. Weg mit dir. So. Warte, 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 warte. Und weg ist er. Geht da auch wieder zu. Zwei einmal Kraftstoff, zweimal Kasse. Ich brauche Leute, die für mich arbeiten. Ganz eindeutig brauche ich Leute, die für mich arbeiten. Allein den Bumsbuddy sauber zu halten, wäre ja schon eine Kasse. Der nächste bitte. Noch jemand mit dem Müll hier. So. Man hat schnell das Band gezerrt. Natürlich wie der Kunde an Kraftstoff. Ich habe auch noch einen Kollegen in der Werkstatt, ne. Der muss auch nochmal repariert werden. Fast wie auf Arbeit hier, alter. So hektisch. Weg da. Man kaufen die alle nicht so wenig, ne. Das ist ja... Einiges, was die hier kaufen. Toll. So. Fünf. 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 Gleichmäßig viel. Ist voll. Es liegt da eine rum. Der ich nichts anfangen kann. Hier. Und weg damit. mit. Nice. Hm. Den. Nee. Alkohol. Alkohol. und Eis. Eis haben wir nicht mehr. Oh, das ist ja blöd. So, was hast du noch? Kratzer, Spiegel und ich glaube noch ein Reifen. So, ein Spiegel, ein Reifen, jawohl. Ein Spiegel und ein Reifen. Der Mausfall, dafür, dass du ihn mit dem Mausfall, aber das ist ja viel zu klein. 370, okay. Darf ich mal? Dankeschön. Aber ich war zuerst da. Ja, ist mir doch scheißegal. Sie kommen auch sofort dran. Ausgesehen, wenn ich nicht so fett wäre. Ich hab gar keine Zeit mit dem Onkel zu telefonieren, wenn ich so viel zu tun habe. Da rollt der Rubel, Alter. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, weiter. Hau ab. Die Leute wollen auch noch dran kommen. Was ist denn mit den Leuten hier? Weg mit dir. Aber ich brauche auf jeden Fall jemanden für die Kasse und jemanden zum Tanken, glaube ich. So, dass ich dann nur noch so zum Streichen, zum Wendestreichen und Saubermachen da bin. Das würde ja auch reichen. Das wäre ja die ganze Scheiße hier. Ich bin nicht mal dazu gekommen, das Klo zu putzen. Schon wieder Kunde an Kraftstoff. Junge, 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 junge. Der will auch viel haben. So, jetzt muss ich aber telefonieren. Können wir jetzt hier mal weitergehen, ne? Ja, brauchen wir nicht hören. Ganz ehrlich, jetzt gibt's hier. Jetzt gibt's Mitarbeiter jetzt. Jetzt gibt's Mitarbeiter. Angestellte. Wohnwagen. 249. Okay. So, jetzt einstellen. Okay, Kasse 2. Das sieht, glaube ich, besser, oder? Gehalt. 1134 für Kasse. Er auch 1134. Die waren beide gleich viel, aber sie ist besser, weil sie Kasse 2 hat. Und dann kann sie erst mal an die Kasse gehen. Guten Tag. No problemo. Von der Werkstatt. Ich geb ihr Ausruhen. Ausruhen im Arsch. Kann ich die irgendwie zuweisen übers PC-Dingens? Nee, kann ich nicht, ne? Oder, warte mal. Vielleicht wo Angestellte? Hier. Sprich. Aufgabenliste. Kasse. Wegen Finnen. Finnen am Arsch. Komm sofort. Muss eben kurz zwei Leute betanken. Und das tust du auf jeden Fall. Alter, die tanken aber auch hier, ne? Incredible. So, sieh zu, Eude. Einmal reich, mal Amateur. Amateur. Es ist der Kollege von Amateur. Egbert de Vries. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Vielen Dank fürs Verloren. Ich seh das gerade. 19, 23. Ja, okay. Drei Minuten. Ich hab's leider nicht gehört. Also ich hör das nicht, aber ich seh's irgendwann. Weck da, du Rat. Wieso ist denn Kunde an Kasse? Macht die alte keine Kasse? Und die Tür da drüben. Einmal mit Kratzer. Oh, brauche ich auch langsam neu. Dann kann ich mich nämlich erstmal ums Tanken renovieren und um die Werkstatt kümmern. Was ist denn noch? Ach, ein Spiegel. Einmal noch ein Spiegel. Zack. Rinder. Oh, das war's. So, neu Mehl. Kunst der Anstellung. Ja, komm. Alles klar. Hoab. So, ich hoffe, hier läuft's. Was ist? Was hat er? Boah, die kostet mich aber viel. Ja, bestell mal schneller, man. 16 Liter. Ja, jetzt hau ab. Mach den Weg frei. Für Leute, die wirklich Geld tanken wollen hier. Äh, Kraftstoff tanken wollen. Und just as I like it. Okay, wir haben 1200 Dollar. Kann man Müll abholen? Ich geh immer aufs Klo. Gott, bin ich dumm. Kann man Müll abholen lassen? Äh, Dienstleistung. Abfallsammlung. Weg damit. Und dann die Werkstatt mal auf Lose 2 heben. Was hat das jetzt gekostet? Ich weiß das gar nicht. Noch ein bisschen was. Okay. Ähm, so, Lieferung. Oh, du teile. Lager mal noch ein bisschen Platz. Wir brauchen davon was. Ach, die spielen auch gerade teuer. Das und Motorenöl. Okay, wir haben noch sechs davon. Dann nehme ich mal vier. Okay, für den brauchen wir noch keine. Räder haben wir auch noch ein paar. Dann nehme ich erstmal ein bisschen Motoröl. Ach so, das ist der Müllmann. Wie sieht's aus mit Kraftstoff? Haben wir noch 50 Prozent. Okay. Das geht also noch. Einrichtung. Sonst die gibt's. Oh, wir müssen mal ein paar Regale kaufen, ne? Und wir haben mal einen Parkplatz. Okay. Ich eile, ich eile. Und dann Kraftstoff. Ich eile nochmal. Und noch einer. Nach an. 18 Meter. Nice. Lagerhaus. Hat mir die Skrupe hier überall, ne? Katastrophe. So. Kommst du rein, kannst rausgucken. Die Zeitreise wird angehalten, wenn der Angestellter sich ausruht. Ach so. Okay, dann muss man ein paar Minuten arbeiten. Das war zu hart. Wie soll denn das da reinpassen, bitte? Ach komm, Alter. Ihr wollt mich doch verarschen vom Spiel her, oder nicht? Jetzt mal ohne Witz. Wie soll das denn gehen? So, oder wat? Konter Kraftstoff, konter Werkstatt. Jo, kein Problem. So, einmal die Tires auffüllen. Zack. Spiegel, haben wir keine gekauft. Äh, dann das hier auffüllen. Das ist übrigens hier. Und all play some. So, Kratzer, Spiegel, Kratzer, Reifen. Wieder Konterenkraftstoff. Nicht berühmten, oder wat? Junge, Junge, Junge. Jetzt stell dir mal vor, wir hatten noch einen Parkplatz. Hier drin, glaube ich, gar nicht mehr klarkommen. Okay, ein Spiegel und einen Reifen. Und noch einen Kratzer. Ach so. Ach, das ist auch ein Lackstift. Okay. Hey. Nichts verschwenden. Wiederverwenden. Okay, Lackstift ist eben auch dann so ein bisschen Oberhand, ne? Hallo. Kratzer weg, Kratzer weg. Uuuh. Hele. Dankeschön. Und Spiegel, sag ich doch. Und einen Reifen. Okay, Reifen haben wir langsam ein bisschen was auf dem Lager. Ja, das ist ganz schön. Hier hilft es hier. Theoretisch können wir jedes Mal mit einem Reifen verbauen, können wir auch einen nachbestellen. Catchers. Warte, der ist noch. Piep, piep. Und das war daneben. Und dann Kraftstoff, ich komme. Ach, das warst du gar nicht der erste Buch. Entschuldigung. Jo, immer wieder gerne. Ich brauche schon wieder noch einen Kraftstoff. Peck mich am Arsch. Weiglich ist der Müll getroffen. Ja. Dann bestelle ich nochmal eine Runde. Lieferung, Kraftstoff. Mach voll. So, wie sieht's hier aus? Nix mehr. Das ist noch voll. Okay, Eis. Snacks. Okay, Eis und Snacks. Und das und das. Sieht's aus. 126. Kostet 177. Oh. Kostet 177. Werkstatt. Ewig komme. Bin schon da. So, was brauchst du denn, Schönes? Einmal einen Ölwechsel. Und zwei Reifen. Hallo? Die Lieferung ist auch da. Ja. Kraftstoff. Kraftstoff läuft. Äh, da noch ein Reifen. Okay. Und der erste Ölwechsel jetzt. Gleich. Da kommt der nächste, äh, die nächste Lieferung. Und Elon hält wieder den Betrieb auf. Wie oben. Dann mach erstmal da auf. Komm, kannst gleich reinfahren. Hopp, hopp. Schnee, schnee, schnee. Nun muss ich schon die Lager vollpacken. So, hau ab. Los. Well first. Okay. Ich kann da einen Kraftstoff. Muss nur noch einen Ölwechsel machen. Ja, lass mich da raus. Hä, wo ist der andere? Da war's. Ach, unten noch ein Spiegelglas. Gleich gesehen. Ja. Bitteschön. Das weg. Das weg. Und das weg. Das ist kein Müll. Puh. So. Da war noch was. Da war noch was. Da war auch nichts mehr, ne? Nö. Und hier wahrscheinlich auch nicht. Nö. Okay, paar Räder haben wir noch. Ja. Okay.